Hallo, ich bin heute mal wieder mit meiner Lieblings-Hure-Shop. Ich dachte, ich wäre ein Analphabet oder so bestimmt, oder? Hallo Leute, jetzt hat hier am Hauptbahnhof die KFC aufgemacht. Ich dachte, ich bin heute mit meiner Lieblings-Hure-Shop. Ich bin heute zwei, ohne Daniel. Ich bin mir immer wieder auf dich, wenn du dich so fühlst. Du bist auch so, du bist auch so. Du bist auch so, dass du dich so fühlst. Ich bin nur noch, 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 ich bin nur noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.